Ich glaube, der ist durch zu Aqua. Hören die das, wenn ich in die Fallen reinlaufe? Ja, ja. Schlag einfach kaputt. Jawoll! Let's go, Baby! Junge, du bist Legende einer. Maschallah, Digga! Ich will denen helfen. Der soll das machen. Wo ist die Scheiße? Bro, mach du. Ich gönn dir. Mach einfach du jetzt. Maschallah, Jungs! Der ist schon drin gewesen. Was? Das ist ein Turn-On, Alter. Fieser, der liegt sogar. Der liegt hier. Ich hab das gar nicht gecheckt. Ich dachte, das ist ein Mate. Da ist noch einer. Genau, war der Start zu. Da ist noch einer, der kommt rein. Oh mein Gott! Der hat mich auf. Der sollt mich wieder... Okay, der ist down. Der Fieser ist in Zeit, ne? Noch einer. 90 und Schlafzimmer. Ach komm. Ach komm. Der ist noch einer. Der war im Hallway, ne? Der war im 90. Was, Digga? Der ist auch früher holen können. Kappa. Schönste Brutal, gell? Der ist rein rotiert. Er ist rein rotiert. Holt den die Fiesern, dann rotiert der raus. Ich komm zu dir, Bruder. Nimm den Fieser mit. 10 Sekunden. Nein, der ist am Bindow. Deniz! 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 Ich liebe dich, Junge. Jalla! Ich liebe dich! Sag noch einmal, ich bin scheiße! Äh, Aquacam ist down. Ich hab's nicht mehr. Ist halt schlecht, da kann ich aufmachen. Ja, Junge! Ja, Junge! Let's go, Junge! Let's go, Session! Ey! danke für den kohler macht raus und der ball erholt ihn doch ja die sind los die gegner da kommt es dann noch einer kopfüber da ist noch einer kopfüber was Was? Er rennt durch die Claymore und stirbt nicht. Er rennt durch die Claymore und stirbt nicht. Alles klar. Okay, ne, da kann ich nix machen. Oder doch. Kann ich das machen. Oder doch. Huch. Schöne Zeit. John, wenn du rauspusht, rechts von dir ist Ash. Okay. Die kommt, die kommt. Die ist rechts von dir. Die drohnt. Die ist beide verletzt. Die ist beide verletzt. Okay. Ich habe ein neues Magazin. Schön. Was das geile ist, der Puls hat sich verletzt, egal. Ob du hast sie jetzt gegönnt. Ja, das habe ich mir jetzt gegönnt, ja. Ich höre ihn doch. Ja, ich habe es doch gesehen. Brauchst du nicht pingen. Danke. Danke. Ja, das hat super funktioniert bis jetzt. Ja, für mich. Ja, aber du bist auch nicht einfach reingerannt, Mann. Ja, das ging schneller. Boah. Boah. Boss ver... Geprankt, da hast du keinen. Doppelprankt. Ja, der ist oben yellow. Top yellow. Ist L ready. Bomber. Nein, nein. Weißt du, was geil wäre? Oder was ich feiern würde? Zwei Modis. Ein ESL-Modi. Also, nicht ESL spielen, sondern nur das, was die spielen. Ich weiß, ich weiß. Und ein Modi für Bereich sichern, Geisel, die ganzen Maps. Das wäre mal was Geiles. So wie früher. Das wäre mal was. Wir haben immer 1st, weil wir können immer 1st zu nehmen. Wer war das? War das die Welt? Keine Ahnung, Bro. Ich habe einfach 3-Fight. Wir haben da einen Schild drin. Ja, Matt stirbt schon wieder fast. Das kippt mir auf den Sack. Das ist schlecht. Das kippt mir auf den Sprengbereich. Das kippt mir auf den Sprengbereich. Das kippt mir auf den Sprengbereich räumen. Das kippt mir auf den Sprengbereich räumen. Das kippt mir auf den Sprengbereich. Das kippt mir auf den Sprengbereich. Das kippt mir auf den Sprengbereich räumen. Das kippt mir auf den Sprengbereich. Das kippt mir auf den Sprengbereich räumen. Das kippt mir auf den Sprengbereich räumen. Das kippt mir auf den Sprengbereich. Das kippt mir auf den Sprengbereich räumen. Das war ein Trap für immer, für immer jeden Tag. Immer dasselbe hier und jedes Mal geht's auf und noch so und los geht's jetzt mit innerhalb von drei Sekunden drei Kills los geht's und ich krieg jetzt auch ein Kill. Nein geht's los. Scheiße Digga. Denk halt noch mehr Bro. Ich pushe den. Ich pushe den. Alles. Ich weiß nicht genau. Ich blende. Hab den. Ich blende, Dennis. Ich blende weiter. Egal, blende weiter. Ich blende weiter. Ja, okay ist durch. Ich blende weiter. Ich blende weiter. Ich blende weiter. Ich bin ein Drei Drei Ich bin ein Können Du bist Ich bin ein Ich bin ein Ich bin ein Ich habe ein Bullettall in einer Fenster Was ist das? Was ist der Timing? Ich habe einen Kuss Sehr gut, ein Full Champ, ich denke Was ist das Attacke? Das ist ein Kuss Oh Gott 3 Yards Mamma mia come sparano